Yo Leute, herzlich willkommen bei den Aufregers hier, der war Oli für euch am Start mit dem ersten Teil der untoten Kampagne in Warcraft 3 The Frozen Throne. Das letzte Kapitel von The Frozen Throne, beziehungsweise das vorletzte, die Bonuskampagne erwartet uns ja noch, aber das letzte offizielle Kapitel. Also auch von der Story her kann man auch nicht sagen, weil auch die Bonuskampagne ist gewisser mal als die Story, aber eher Spiel. Ah, hab grad noch ein bisschen Reis gegessen, deswegen noch am Rest kauen. Ja, ich freu mich drauf. Bin mal gespannt, was da jetzt kommt. Erstmal Kapitel 1, wir sind hier noch, ah, guck mal hier, Capital City Ruins, wir sind immer noch im Tieresfall. König Arthas, Kapitel 1. In der Hauptstadt Lordaerons besprechen Archimons Schreckenslaus in der Nähe der zerstörten Palästgärten die Pläne. Die sie für die Geißel haben. Na, dann werden wir mal sehen. Guten Abend, diese Aufregers. Arulzen, grüß dich Max. Langer sehend. Seit Monaten haben wir nichts mehr von Nordarchimont gehört. Ich habe satt, diese verwesenden Untoten zu hüten. Was machen wir noch hier? Wir haben die Aufsicht über dieses Land Desserog. Es ist unsere Pflicht hier auszuharren, bis die Geißel einsatzbereit ist. Stimmt. Aber inzwischen hätten wir irgendwelche Befehle bekommen sollen. Richtig auch mal. Die Legion wurde schon vor Monaten besiegt. Das müssen sie doch wissen. Schwer zu sagen. Aber je länger sie das Kommando haben, desto mehr wirtschaften sie die Geißel herunter. Was? Wer könnte denn wohl... Seid gegrüßt, Schreckenslords. Ich möchte euch danken, dass ihr in meiner Abwesenheit mein Königreich behütet habt. Aber ich bedarf eurer Dienste nicht länger. Prinz Arthas. Dieses Land gehört uns. Die Geißel gehört der Legion. Jetzt nicht mehr, Dämon. Eure Meister wurden besiegt. Die Legion ist am Ende. Euer Tod wird den Kreis schließen. Niemals. Es ist noch nicht vorbei, Mensch. Wir wussten, ihr würdet zurückkehren, Prinz Arthas. Ich bin zurückgekehrt, Lich. Doch ihr werdet mich mit König ansprechen. Immerhin ist dies mein Land. Nun müssen wir das Land sichern, indem wir die letzten Menschen ausrotten. Aber mein König. Die Menschen verlassen bereits ihre Dörfer. Sie fliehen zu den Gebirgspässen. Wenn sie die Berge entkommen, ist es unmöglich, sie alle zur Strecke zu bringen. Dann müssen wir sie abschlachten, bevor sie entkommen. Ihr Tod wird ein angemessener Tribut für Ner'Zul sein. Okay. Ja, wir haben jetzt... Sag bitte nicht. Tatsächlich. Wir müssen drei Basen. Menschen zu Flüchtlinge vernichten. Die Zufluchtstädte zerstören. Null von Neuen ausgelöscht. Es dürfen maximal 20 Menschen durch die Sturten entkommen. Okay. Das heißt am besten mit Arthas hier durchratzen und mit Keltusat und genau. Gut, eine Basis haben wir nicht. Das heißt also... Keine Ahnung. Hier mal noch... Haben wir Arbeiter? Haben wir hier Okkultisten? Ne, haben wir nicht. Also Türme können wir nicht bauen. Nicht noch mehr Ziggurats. Geht nicht. Dann bauen wir doch einfach mal in jeder Städte... Tötet die Menschen. Lasst die Lichter entkommen. Ja, ja, machen wir ja. So, komm. Sprecht, Dummkopf. Nicht fertig gewartet. Ne. Zählt es als Flüchtling? Ja. Es zählt als Flüchtling. Vorsicht. Und es dürfen nicht mehr... Wie viel... Was ist das diesmal? Also, wir brauchen Prominations hier. Und Gude. Niemand erteilt mir Befehle. So. Die Schatten lockten. Die Schatten lockten. Simon B. Die Schatten lockten. Okay. Benchies. Gut. Wir machen hier aber eine dicke Verteidigung hin. Das ist schon besser. Der mit 10 ist er noch. Okay. Was ist das diesmal? Jetzt Frostmour! Die Menschen dürfen nicht entkommen. Meine Brüder brings in action. Un security. Sprecht. Dummkopf. Oh mein Gott. Jetzt werdet ihr leiden. So, was müssen wir denn jetzt hier machen? Alles kaputt machen, oder was? Müssen wir da alles kaputt machen, oder was? Wir können auch natürlich mit denen da ein bisschen auf Exkurs gehen. So. Was muss ich tun, blöden? Zeig mir ein Ziel, die lebt, denn so geht es auch hin. Stoppt sie, bevor sie den Pass erreichen. Ja, ja. Was ist das diesmal? So, nee, ich glaube, wir müssen mit allen dreien auf einmal irgendwie da versuchen zu koordinieren. Ich bin ganz ohr. Es ist so weit. Unsere Streitkräfte werden angemessen. Vorsicht. Arthas, ihr tragt eures Vaters Krone, als hättet ihr sie euch verdient. Mich könnt ihr töten. Doch meine Brüder werden euch immer zu jagen. Zu glauben, dass einer von euch die erste Säuberung überlebte. Einerlei. Ab morgen existiert euer selbstgefälliger kleine Orden nicht mehr. Ja, das war's, Bruder, das war's. Zack. So, was geht hier? Hallo. So, ich würde jetzt sagen, da haben wir auch mal ein paar Ghouls. Gut. Und dann geht's hier weiter. Zeig keine Knallen. Niemand darf überlegen. Unsere Streitkräfte werden angemessen. Was ist es diesmal? Das ist schon besser. Frostmone hat Hunger. Kommt, Verräter. Und kostet den Zorn des heiligen Lichts. Scheiße. Zurück. Es ist so weit. Zurück. Natürlich. Zurück. Ja, wenn man halt nur so Kack-Einheiten bauen darf, Junge. Ich bin ganz ohr. Mist. Es ist so weit. So, komm hier. Gleich weiter. Vivo, vivo. So, Sylvanas kontrollieren wir hier übrigens genau. Wir haben hier Sylvanas Windrunner. Die verfluchte Benji-Cream. Zukünftige Benji-Cream. Oh, stimmt ja. Das können wir ja auch. Genau. Ja, schau. Zeig mir ein Ziel. Unsere Brüder brauchen Hilfe. Die Menschen nähern sich dem Pass. Haltet sie auf. So. Unsere Brüder brauchen Hilfe. Ich bin ganz einer Schreie, die Lebenden zu Tode erschienen. Nein, mein Gott. Niemand erteilt mir Befehle. Ja, und Sylvanas Windrunner ist jetzt noch unter dem direkten Befehl von Arthas. Für den Lichtkönig. Ah, endlich. For the Lich King. Endlich. Frost Moon hat Hunger. So, das war's mit Dems. Dann gehen wir nach hier hin. Frost Shawne hat Hunger. Frost Shawne hat Hunger. Ich weiß, ob wir den Pfeiler haben. Ja, ja, ich weiß. Ich bin schon einig. Genau. Was kann denn Sylvanas? Sorry, ich komm grad echt nicht so hart dazu, wie wir sie kommentieren, was hier eigentlich abgeht. Weiß hier doch, wie es nicht mehr was geht. So, hier sind wir beim nächsten Arschkopf. Milizbefehlshaber. Schau. So. Die sind schon erfolgreich durchgebrochen. Wunderbar. Gut. Und dann holen wir uns mal hier die nächste Gruppe ab. Ich mach dafür doch noch nicht. Ich mach hier auch noch so Arschkopf, ja. Sprecht, dummkopf. Ah, endlich. Jetzt werdet wir leiden. Eure Pein wird ohnegleichen... Menschen nähern sich dem Pass. Haltet sie auf. Oh, oh. Oh, scheiße. Die sind voll am Vorbeigrad. Alles gut. Alles gut. Es sind nur ein paar. Alles gut. Es ist denn zum Glück hier, hab ich hier noch ein paar übergelassen. Vorsicht. Das ist schon besser. So, schau. Sprecht, dummkopf. Okay, passt alles. Unsere Brüder brauchen Hilfe. So. Gut. Ja, da kommt eh keiner durch. Alles gut. Wir haben noch zwei Pisser. Halt mal, halt mal, halt mal. Wir machen's cool. Wir machen's cool. Weil diese Benjis hier, die können nicht nur fluchen und Antimagie wirken, sondern... Eure Ehre. Auch Einheiten übernehmen. Hier sind's meine. Für immer. Das ist mega krass. So. Gut. Dann, äh... Die bleiben hier nochmal zur Verteidigung. Und da wachsen Skelette draus, wie ihr jetzt hier seht. Oh, wow. Oh, wow. Danke fürs Heilen, Dichser. So. So, haben wir hier alles schon kaputt gemacht? Nee, haben wir nicht. Ich würd sagen, die Benjis nehmen einfach mit, weil Armee wächst ja schon von selbst anscheinend. Oh, das sind ja die ganzen Benjis. Scheiße. So. Hier geht's weiter. Irgendwie schmeckt schon Sylvanas fast schon besser. So, mit dem gehen wir hier oben links hin. Endlose Peile wird euch erwarten. Intelligenz wurde ja nicht sehr gut. Ah, endlich. Ne? So. Frostmone hat Hunger. Frostshawn hat Hunger. Ah, endlich. Äh. Das ist schon besser. Jetzt hast du ihn wieder ausgemacht, Knallkopf. Endlich. Ja, natürlich. Ich mach den ja schon aktiv an und aus, Bruder. Alle Macht der Geisel. Das ist schon absichtlich. Nachher hat sie keinen Mana mehr. Dann ist Ciao. So, das war ein sehr schneller Tod. Jetzt Frostmone. Alter, Scheiße. Jetzt Frostmone. Jetzt kommt der auch noch. Oder was? So, kommen wir weiter. Das will man kaputt machen. Oh, wow. Die Menschen dürfen nicht entkommen. Unsere Brüder brauchen Hilfe. Vor sich. Endlich. Stoppt sie, bevor sie den Pass erreichen. Wir befehlen. Ja, wir haben genug Gule hier stehen. Unsere Brüder brauchen Hilfe. Und. Sprecht. Dummkopf. Vorsicht. Unsere Strecke. Ich habe euch erwarten. Alle Macht der Geisel. Jetzt werdet ihr leiden. Ah, endlich. Die Menschen dürfen nicht entkommen. Ich würde vorschlagen. Machen wir Abominations. Und ein paar Gule hier hin. Sprecht. Dummkopf. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Und leech mal die Palas. Das macht glaub ich nicht. Das kann leech mal die Palas. Das bedeutet leechen. Dummkopf. Achso, du meinst das hier, oder? Wo das Mantel? Meinst du das mit Leech? So. Wir machen mal hier weiter. Ihr merkt schon, Multitasking ist voll mein Ding. Voll mein Ding. Ich weiß gar nicht, was ich ohne Multitasking tun würde. Ich glaube, ich schick erstmal die Banschies rein, oder? Okay, zulass es nur Milizen sind. Das lohnt sich ja gar nicht. Ihr habt mich zurückgebracht. Ich bin bereit. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. So, sehr gut. Hat auch gut geklappt. Also, eigentlich bei jeder Basis ist dieser Scheiß-Mall-Versatz-Kräfte da. Da grann der Orch schlechter. Oh, ja. Oh, ja. Der Hyper. Wo sind meine ganzen Banschies? Oh, da sind welche. Hm, hm. So, jetzt rechnen wir uns halb wieder an. Schmeißen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unsere Brüder brauchen Hilfe. Oh, ja. 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 Her mit der Penunze. Her mit der Penunze. Was ist jetzt passiert? Ja, es beginnt langsam. Ihr seht, wir sind jetzt schon nur noch Level 9. Und das wird jetzt immer schlimmer werden. Das ist halt mir Befehle. Oh, ne, nicht wirklich, ne? Na gut, was soll's. Ähm, ja, das ist alles 10 Minuten, was ich schreib. Sorry, Mann. Ich versuche, dass ich öfter auf dem Chat gucke. Aber jetzt gerade, wenn halt sowieso relativ wenig passiert, ist das ein bisschen schwer, manchmal da up-to-date zu sein. Ich bin hier. So. Wir gehen mal von hier aus zum nächsten Lager hier hin. Ähm. Ja. 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 Wow, 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 wow. Ich glaub, ne, das ist nicht so geil, was ich hier mache. Oh, wow. Ich glaub, hier muss ich von zwei Seiten kommen. Ja, ist es auch. Ja. Ja, am besten von hier am besten sich sammeln. Und erteilt mir Befehle. So. Seid mir ein Ziel. Es ist soweit. So, und jetzt hier von der anderen Seite. So. So. Voll übernehmen. Aber. Ja. 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 Ich war ja sicher. Ja. Ich muss mit der weggehen hier. Ah. Zurück mit dir. Okay, was macht ihr denn? Ah. So. Die Seeler. Wollen unterwegs. Die Benchies sind so toll, lalalaloo. So, vielleicht irgendwie heilen? Hindert alle Feinde in einem kleinen Ziegel 16 Sekunden lang daran zauber zu wirken. Alter, die kann so hart Zeit, jetzt in 16 Sekunden, überlegt euch das mal. Wahnsinn. Ja, ich versuch's. Okay, der lässt hier nix durch, das ist super. Super, ich stell's, super. Niemand erteilt mir Befehle. So. Endlich. Ihr habt mich zurückgebracht. Beziehungsweise, warte mal, ich könnte jetzt hier mal nach oben links gehen. Strecht, du Kopf. Ah. Endlich. Mit den Einheiten. Und wir streiten, Härte wird angegriffen. Vorsicht. Meine Gaben bewirren euch. Meine Gaben bewirren euch. Hoffentlich taugt das was. Ist etwas nicht in Ordnung. Und dann mach ich noch ein paar Buhle. So. Ihr habt gerufen. Dann gehst du mal ins Nachbardorf, okay, dass es hier mal ein bisschen schneller geht. Das klingt logisch. Na, find ich auch. Weil wir Silvanas, hier habe ich jetzt praktisch mit Arta seinen Einheiten fusioniert. Sprecht, dumm Kopf. Ihr habt mich zurückgemacht. Wenn es euch gefällt. ich habe nachgedacht hast du das so ist schlecht nachzudenken das klingt logisch so ja also du musst jetzt mal hier ein bisschen krawall vorsicht eure ehre was ist es schattens begehrt meine gaben sie dürfen nicht entkommen Für den Lüßkönig. Ihr habt gerufen. Meine Waden gehören euch. Faszinierend. Was liegt an mir? Was ist das diesmal? Mach mal bitte das Lüßkönig hier. So scheiße. Ah. Ne, 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 ne. Das klingt logisch. Mach den Game. So ist es. Immerhin. Ich hab' noch einen Halt lang. Super. Also das ist eine neue Kampagne gleich. Relativ schwer anfängt hätte ich jetzt nicht gedacht. Was darf's sein, Hitzkopf? Was darf's sein, Hitzkopf? Vielleicht ist das auch nicht das einfachste Frage. So. Toten Rapper. So. Es dürfen maximal 20 Flüchtlinge entkommen. Es sind erst 5 gekommen. Alles cool. So. Dann ist hier auch erstmal Zapduscht da. Dann nehmen wir mal... Okay. Ne, das muss ich jetzt nicht. Endlich. Ich muss es nur hier hin. Irgendwie. Frost schon hat Hunger. Mein Laum. Immer langsam mit den jungen Pferden. So. Niemand erteilt mir Befehle. Niemand erteilt mir Befehle. Helft mir euch zu holen. Was ist es diesmal? Sehr schön. Ich habe nachgedacht. Okay. Nix mehr. Das klingt logisch. Im Namen des Lichtkönigs. Sehr gut. Sprecht. Dummkopf. Eure Pein wird ohnegleichen sein. So. Oh Johnny. Sag dir. Es ist so nur noch tragisch, denn es ist kein Leben dabei laufen zu haben und die ganzen Sound von 38 Jahren zu hören. Endlose Pein wird ohnegleichen sein. Das glaube ich dir, man. Vielen, vielen Dank. Schön, dass dir das gefällt. Endlich ist die Allianz erledigt. Wenn wir die letzten Nachzügler zusammengetrieben haben müssten, gehen wir. Nicht schon wieder. Ich bin es, der Lichtkönig. Gefahr mehr zu uns. Ich bin es, der Lichtkönig. Wir müssen unverzüglich nach Nostel zurückkehren. Da reicht. Ah, wie schlecht das synchronisiert war damals. Bringt mich zur Hauptstadt. Vor mir liegt eine weite Reise. Dieses Skelett da in dem Eis drin. Das ist Nesu. Ja. War nochmal eine recht interessante Mission für die erste Mission vor allem. Ich habe noch gar nicht geguckt. Durch was kann man sich hier durchklicken? Helden. Gewonnene Erfahrung. Am meisten Kel'Thuzad, weil der die ganze Zeit am Anfang gestanden ist. Und Sylvanas am wenigsten. Gut. Am meisten Rohstoffe, ja gar keiner irgendwas. Alles klar. Gut Freunde. Das war es dann mit eurem Oli von den Aufregers. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei der nächsten Mission von den Untoten bei Warcraft 3 at the Frozen Throne. Wir sehen uns. Ciao. Bis zum nächsten Mal.